Ich checke aus. Wir haben ein Päckchen für Sie, Sir. Werden Sie reichen an einem Casino in Prag? Buchen Sie mir den nächsten Flug nach Prag. Setzen Sie alles. Blackjack. Das sollten Sie sich ansehen. Hey! Herrgott, wie macht er das? Max Peterson, ich bin Special Agent Grant vom FBI. Erzählen Sie mir von dem Handy. Ich weiß nicht, wer es mir geschickt hat. Wer ist der Kerl? Ein Einzelkämpfer. Wer immer ihn manipuliert, tut dies anonym. Und warum gerade ihn? Das wissen wir nicht. Wie wär's, wenn du mich informierst? Wir halten uns an Leute, die per SMS Finanztipps erhalten. Und wenn sie auf die Schnelle ihre ersten Gewinne einstreichen, kriegen sie weitere Anweisungen. Wie seid ihr auf Peterson gestoßen? Wir haben in Bangkok eine Nachricht abgefangen und sind ihm danach Prag und Moskau gefolgt. Dann befrag doch die anderen Empfänger. Würden wir gern. Aber die sind alle tot. Wir arbeiten gemeinsam mit der NSA. Wir könnten die Spur zurückverfolgen, wenn Peterson mitspielt. Vorschlag 1, Sie helfen uns. Vorschlag 2, Sie wandern wegen Betrugs in den Knast. Wofür entscheiden Sie sich? Lassen Sie mich nachdenken. Gehen Sie den Anweisungen nach. Es geht los. Erwarten Sie die nächste Anweisung. Ich hab ein ungutes Gefühl im Magen. Tun Sie das nie wieder. Wenn ich nicht bald eine Antwort kriege, überlebe ich das nicht. Ich werde rausfinden, wer die Anweisungen schickt. Wer immer dahinter steckt, der hat ihn in der Hand. Kann ich Ihnen vertrauen? Jeder Anruf, den wir tun, jede Nachricht, die wir erhalten, wird vom Absender kontrolliert. Unsere nationale Sicherheit steht auf dem Spiel. Wir sind im Krieg. Wenn das Handy von ihm ist, hat ihn Max in der Hand. Abschalten! Aktion abbrechen! Alle Systeme sofort abschalten! Wenn du mich nochmal abschaltest, werde ich dich töten. Sei auf alles vorbereitet. Wer immer die Nachrichten schickt, die Antwort wird Ihnen nicht gefallen.